Ihr habt es vielleicht schon gehört, Gold steht auf einem absoluten Allzeithoch bzw. der Euro war noch nie so schwach gegenüber der ältesten Hartwährung der Welt. Bitcoin steht knapp vor einem Allzeithoch, der Euro war auch fast nie so schwach gegenüber der neuesten Hartwährung der Welt. Ja und was kommt in solchen Zeiten aus der Europäischen Zentralbank? Eine Entschuldigung, eine Erklärung, wie 3500 Menschen es nicht auf die Reihe bekommen, eine Währung preisstabil zu managen? Langfristig nicht? Noch nicht mal nach den 2% Abwertung, die sie sich selbst pro Jahr gönnen? Nein, nein, was kommt ist der nächste Angriff gegen Bitcoin von unseren absoluten Top-Experten Schaf und Bindzeil. Bindzeil zuständig dafür, den digitalen Eurosuper zu finden, Schaf zuständig dafür, Bitcoin besonders schlecht zu finden. Die Karriere der beiden Bitcoin-Hater aus der EZB beginnt bereits im März 2022. Da schreiben sie am Blog Politische Ökonomie einen Beitrag, der heißt abgerechnet wird am Schluss. Bitcoins versteckte Kosten für die Gesellschaft sind enorm. Zwei Mitarbeiter der EZB auf dem Blog Politische Ökonomie, das wiederum offenbar ein SPD-Ding ist? Okay? Okay. Gut, aber darauf wollen wir gar nicht herumreiten. Das ist ja auch nicht dafür, wofür sie wirklich bekannt sind. Bekannt wurden sie dann im November 2022. Zwei Versionen ihres Artikels, der Bitcoin, auf dem Weg in die Irrelevanz sind da erschienen. Einer davon, genau hier, jetzt muss ich das umdrehen, schau, weil Bitcoin geht nämlich rauf, nicht runter. Genau hier, als Bitcoin seinen absoluten Boden erreicht hat, im November 2022, kommen von den absoluten Top-Experten, also wirklich den bestbezahlten EZB-Mitarbeitern, die von unserem Steuergeld bezahlt werden, sich mit Geld zu beschäftigen. Und das ist auch der Grund, warum ich sie wirklich auch, wo hohe Maßstäbe ansetze, wenn ich mir ihre Arbeit ansehe. Kommt also der berühmte, inzwischen weltberühmte Artikel, Bitcoin auf dem Weg in die Irrelevanz. Der dann später auf Englisch rauskommt und dann auch um die Welt geht. Der englische Artikel hat aber nicht genau den Tag des Bottoms erwischt, das war der deutsche Artikel. Und lustigerweise, der deutsche Artikel im Handelsblatt, hier wieder erwähnt, die kürzere Fassung ihres Meinungsbeitrags ist auf deutschem Handelsblatt publiziert, der ist nicht mehr da, der ist einfach verschwunden. Das ist aber eigenartig, da muss es sich wohl um einen Fehler handeln. Vielleicht konnten sich ja auch die Kolleginnen und Kollegen beim Handelsblatt wegen der Inflation des Euro die Serverkosten nicht mehr leisten. Naja, damals jedenfalls ein Siegeszug von Binzeil und Schaf, die sagen, naja, das war es jetzt, Bitcoin ist auf dem Weg in die Irrelevanz, mehr oder weniger Bitcoin ist tot, das kennen wir ja schon. Also, gut, Bitcoins last stand. Naja. 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 Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Am 22. Februar 2024 dann ein neuer Artikel. Jetzt, wo die ETFs da sind und der Bitcoin-Preis wieder steigt, da brauchen die Kollegen einen neuen Engel und der ist, ja, ist immer noch Unsinn. Wir glauben, ist immer noch Unsinn. It's not suitable as a means of payment or as investment. Also ich meine, dass es als Investment suitable ist, hätte man zu dem Zeitpunkt dann auch schon vielleicht sehen können. Es war dann immerhin schon gestiegen. Von dem Boden, den sie selbst markiert haben, hier unten bis ungefähr Februar 2024 haben wir dann 160%. Okay, okay, gut. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Die ganz neue. Die wirklich scharfe Masche. Ein wissenschaftliches Paper. Ein wissenschaftliches Paper, das davon ausgeht, dass Bitcoin doch nicht auf dem Weg in Irrelevanz ist. Ein wissenschaftliches Paper, das das genaue Gegenteil von dem behauptet, was die beiden Top-Experten aus der besten Zentralbank aller Zeiten uns vorher mitgeteilt haben, jahrelang mitgeteilt haben. Ein Paper, das davon ausgeht, dass Bitcoin steigt. Dass Bitcoin möglicherweise, Zitat, auf bis zu 10 Millionen steigt. Hier. Das ist aus dem Paper. Ja. Während der derzeitige Marktvalue als Bitcoin in der Range von 50.000 bis 60.000 Dollar ist, kann man argumentieren, dass jeder Preis von Bitcoin genauso möglich ist. 10 Millionen. Oder sogar mehr. Und wisst ihr, was das Argument dieses Papers ist? Das Argument dieses Papers ist nichts anderes, als zu sagen, wenn Bitcoin weiter im Preis steigt, dann profitieren die, die früher drin waren, und das ist unfair gegenüber denen, die nachher kommen. Und deswegen, und das ist der Schluss des Ganzen, und darum geht es den beiden eigentlich immer, das war schon in den letzten Artikeln so, geht es darum, quasi eine politische Kampagne gegen Bitcoin zu fahren, eine politische Koalition zu bilden, die irgendwie versucht, diesen Zug noch aufzuhalten. Auf jeden Fall sollten Nichthalter von Bitcoin verstehen, dass sie gute Gründe haben, sich gegen Bitcoin aufzustellen, für Gesetze gegen Bitcoin zu argumentieren und sich darum zu kümmern, dass Bitcoin-Preise nicht steigen. Oder sogar Bitcoin komplett verschwinden zu lassen. Das ist der eigentliche Traum, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was die beiden Herren dann machen würden mit ihrer Zeit, wenn Bitcoin verschwunden wäre, dann könnten sie ja nicht mehr solche wissenschaftlich extrem fragwürdigen Papers schreiben, die darauf argumentieren, dass was im Preis steigt, den profitieren lässt, der zuerst einsteigt. Ich meine, das könnte man natürlich auf Gold so übertragen. Also ich meine, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gold gekauft habe und nicht Euros gehalten habe, dann bin ich ja auch gut ausgestiegen, verglichen mit denen, die in Euro geblieben sind. Also sollten die Experten vielleicht mal überlegen, ob man Gold vielleicht bekämpfen oder verbieten sollte. Durf nur, dass die EZB 13.000 oder das europäische Währungssystem 13.000 davon hält, 13.000 Tonnen. Also wo ist da das Argument gegen Gold? Wo ist das Argument gegen, was haben wir hier? Den Nasdaq? Ja, schau einer an, der steigt auch auf Allzeithoch, wenn das Geld weiterentwertet wird. Sollten wir vielleicht mal die Aktien halt da irgendwie in die Mangel nehmen? Gut, aus Italien kommt jetzt auch schon der Wunsch, die Kapitalertragssteuer auf über 40% zu schrauben. Solche Dinge sind natürlich zu befürchten, vor allem in Europa, wo dieser sozialistische Ansatz herrscht, den Staat erstmal zu Kosten der Menschen zu sanieren. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum die EZB auf Bitcoin so angefressen ist, wie man bei uns sagt. Am 13. Januar 2021, Christine Lagarde, EZB-Chefin, at a global level, because if there is an escape, that escape will be used. Damit hat sie Bitcoin gemeint. Sie hat da sogar davon gesprochen, dass es, wenn es in diesem System der finanziellen Repression, hohe Steuern, hohe Investition, die Menschen müssen zahlen, während die Staaten quasi irgendwie ihre Schuldenberge abbauen. Das ist finanzielle Repression, das ist die offizielle Politik im Grunde der Europäischen Zentralbank. Auch alle anderen Zentralbanken, aber bei uns ist es offenbar besonders schlimm. Und das, wenn es da auf einem globalen Level nicht zu einer Einigung kommt, irgendwie gegen Bitcoin vorzugehen, sagt sie, dann gibt es diesen Ausgang. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Berliner Mauer zum Beispiel, die Menschen daran hält, in den freien Westen auszureisen. Und sie würde gerne eine neue Mauer bauen, um Menschen daran zu hindern, in den freien Bitcoin-Welt auszureisen. Das ist natürlich technisch nicht ganz so gut möglich. Deswegen gehen scharf und binzell auf die Frage, wie man Bitcoin verschwinden lassen könnte, auch nicht wirklich im Detail ein. Das ganze Paper strotzt vor Frustration mit der Realität in Wahrheit. Man versucht verzweifelt, Argumente gegen Bitcoin zu stricken. Übrigens, woher kamen denn zum Beispiel die Nachrichten über Bitcoins angeblich so furchtbaren Stromverbrauch von einem Mitarbeiter der EZB, in diesem Fall einem Mitarbeiter des EZB-Systems aus der holländischen Notenbank. Also die EZB hat da bereits einiges an Geschichte, was das betrifft. Und was halt wirklich traurig ist, ist, dass die EZB eigentlich, ich sage das auch immer wieder in den Podcasts, in der Lage wäre, mit Selbstvertrauen mit Bitcoin umzugehen. Die EZB ist gebaut ursprünglich auf der Basis sogenannter Preisstabilität, kann sie selber definieren, was das ist, hat sie als 2% definiert, schafft sie nicht, aber okay. EZB, Vorbild D-Mark, ich muss gleich lachen, mit dem, was wir jetzt gesehen haben in den 20 Jahren, seitdem es den Euro gibt oder ein bisschen mehr. Aber immerhin, strukturell profitiert die EZB, deswegen regen sie sich nicht auf, strukturell profitiert die EZB davon, wenn der Goldpreis steigt, weil der Goldpreis, weil Gold auf dem Balance Sheet liegt. Was die EZB machen sollte, ist das Gegenteil von solchen Papers schreiben. Die EZB sollte sich Bitcoin aufs Balance Sheet legen und dafür sorgen, dass Bitcoin steuerfrei in ganz Europa nutzbar sind. Genauso wie Gold. Warum? Weil Bitcoin genau dieselbe Rolle wie Gold spielt. Und was die EZB-Autoren auch auslassen in ihrem Paper, ist, dass Satoshi Nakamoto das genau gewusst hat. Sie tun so, als hätte Satoshi Nakamoto nur das Ziel gehabt, ein Zahlungssystem aufzubauen und sei damit gescheitert. Aber er hat ganz genau gewusst, dass das Kernproblem mit normalen Währungen ist das Vertrauen, das notwendig ist, damit sie funktionieren. Die Zentralbank muss, in die Zentralbank muss man vertrauen, dass die Währung nicht entwertet wird. LOL. LOL. In die Zentralbank muss man vertrauen, dass die Währung nicht entwertet wird. Not to debase the currency. Aber die Geschichte von Fiat-Währungen ist voller Brechen dieses Versprechens. Full of breaches, of distrust. Und hier, es ist jetzt ein Zitat aus den ehemaligen E-Mails, da spricht er ganz konkret über Gold, so wie er auch über Gold in seinem Gedankenexperiment spricht, wenn es darum geht, graues Metall so selten wie Gold, aber man kann es über den Internetweg übertragen. Satoshi Nakamoto hat genau gewusst, dass Store of Value als Funktion eines Geldes zuerst kommen muss. Und das ganze Argument, dass die Menschen, die Bitcoin zuerst kaufen, sich auf Kosten derer, die nachher kommen, profitieren, reich werden und die anderen dann verarmen, noch dazu, wo sie ja davon ausgehen, dass Bitcoin immer weiter steigt in diesem Szenario, ist komplett irre. Das ist wirklich völlig absurd. Das sind die Top-Experten, die wir ernst nehmen sollen, die uns zuerst jahrelang erklären, Bitcoin ist auf dem Weg in die Irrelevanz, Bitcoin ist jetzt tot, Bitcoin brauchen wir nicht mehr, der Bitcoin-Preis wird runtergehen. Und jetzt reden sie davon, dass der Bitcoin-Preis bis zu 10 Millionen gehen kann, aber ist auch schlecht. Also diejenigen sollen profitieren, denen jahrelang gesagt wurde, ihr seid Idioten, Finger weg von Bitcoin. Und jetzt werden diejenigen zur Kasse gebeten. Also moralisch und konkret auch über Steuern. Das ist doch vollkommen irre. Beziehungsweise vollkommen logisch. Aus der Perspektive derer, die wollen, dass wir in ihrem Geld bleiben, dass sie zerstören wollen. Dass sie weiter inflationieren wollen. Potenziell steht wahrscheinlich die nächste Inflationswelle um die Ecke. Vielleicht kommt das deswegen jetzt. Oder vielleicht ist es auch nur deswegen, weil die Herrn Binzell und Schaaf sich dadurch ihre Jobs erhalten können. Wenn sie in den Gremien der EZB sagen, wir müssen was gegen Bitcoin tun, ja machen wir mal ein Paper. Schreiben wir drüber, ob der Preis runter geht oder rauf geht. Runter haben wir immer geschrieben, weil es ist nicht so erfolgreich. Sie spielen mit dem Neid der Menschen. Und was noch viel schlimmer ist, sie projizieren. Sie projizieren brutal. Denn die Entwertung jedes einzelnen Euroscheins durch die Inflation der EZB ist die allerschlimmste Form des Diebstahls und der unfairen Besteuerung der Massen. Und die Inflation trifft vor allem die, die am allerwenigsten haben. Es ist genau das, was sie behaupten, bei Bitcoin der Fall sei. Die, die zuerst dran sind, mit dem frischen Geld, Kantillion-Effekt, die, die zuerst dran sind, die profitieren über die Massen. Natürlich, wenn du Bitcoin früh gehalten hast und durchgehalten hast bis heute, hast du ein gutes Investment gemacht. Aber dasselbe gilt für jede Form der Aktie, Facebook, Nvidia, Tesla, dasselbe gilt für Gold. Das heißt, diese Logik, dass das schlecht sei, müsste man auch auf diese, all diese anderen Investments anwenden. Und das tun sie natürlich nicht. Es geht nur darum, die Basis für den nächsten Eingriff auf Bitcoin zu legen. Aus einer relativ verzweifelten Position, weil sie sind in derselben EU tätig, die jetzt eine Mika-Regulierung an den Start gebracht hat, die Bitcoin weiter legitimisiert. Und ETFs und Fink und Blackrock und Trump und Harris brauchen wir gar nicht reden. Die USA sind schnell auf dem Weg, Bitcoin als Asset, als Technologie zu adoptieren, aufzunehmen, zu nutzen. Und wir in Europa stehen da, und machen wieder mal das genaue Gegenteil dessen, was wir machen sollten. Und dann kommt so ein Paper und erklärt uns, zuerst haben sie uns erklärt, Bitcoin ist Kacke, lasst die Finger vom Bitcoin. Und wenn man dann die Finger nicht vom Bitcoin gelassen hat, dann hat man über die Maßen profitiert, auf Kosten derer, die nachher gekommen sind. Eigentlich argumentieren sie ja, das ist ja ganz lustig, eigentlich sagen sie ja in dem Paper, hey Leute, kauft Bitcoin. Vielleicht schreibe ich das auf den Thumbnail. Aber es ist nicht die Absicht dahinter. Die Absicht dahinter ist, eine politische Koalition der Anti-Bitcoin-Leute auf die Bitcoiner loszugehen, als wenn die das große Problem wären. Lieber Herr Schaaf und lieber Herr Bintzeil, die EZB hat in ihrer Aufgabe, eine stabile Währung für Europa zu stellen, katastrophal versagt. Katastrophal versagt. Nachdem sie nicht freie Ökonomen oder YouTuber sind, oder Journalisten, sondern Mitarbeiter der EZB, die von den Steuergeldern der Europäer bezahlt werden, müssen wir in ihrer Arbeit auch einen gewissen Anspruch stellen. Ihre Artikel und dieses Paper erfüllen diese Ansprüche genauso schlecht, wie die EZB die Ansprüche der Europäer an eine seriöse Geldbehörde erfüllt. Das, was die EZB aus dem Euro gemacht hat in den letzten über 20 Jahren, ist das perfekte Beispiel dafür, warum es Bitcoin gibt, warum wir Bitcoin brauchen. Bitcoin ist politisch unabhängig, so wie die EZB angeblich sein soll. Bitcoin ist knapp, so wie der Euro es nicht ist oder sein könnte, wenn man auf irgendeine Form der Preisschabilität wirklich achten würde. Bitcoin ist dezentral, Bitcoin ist unzensierbar, Bitcoin kann nicht diskriminieren und Bitcoin ist geschützt vom größten und sichersten Computernetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Tatsächlich ist die Chance, dass die EZB verschwindet, aus heutiger Sicht wahrscheinlich größer, als das Bitcoin verschwindet und vielleicht ist das auch der Grund, warum manche sich dort langsam Gedanken darüber machen, wie sie sich zu positionieren wollen oder ob man diesen Kampf noch irgendwie gewinnen kann. Aber genauso wie in den letzten Artikeln, was mich besonders stört, ist, dass es mir zeigt, dass absolut keine Konfidenz in das eigene Produkt besteht. Kein Selbstbewusstsein der EZB in irgendeiner Form, dass es gelingen wird, den Euro gegenüber harten Währungen wie Bitcoin und Gold vernünftig zu managen. Man muss darauf hinhauen. Und wenn sie der EZB nicht 13.000 Tonnen Gold halten würde, würde man wahrscheinlich auch auf Gold hinhauen. So ist das natürlich doof, sieht man doof aus. Aber ökonomisch erfüllen Gold und Bitcoin genau dieselbe Rolle. Genau dieselbe Rolle. Da gibt es absolut nichts zu diskutieren. Die Amerikaner haben das verstanden. Viele andere Länder auf der Welt sind dabei, es zu verstehen. Und in Europa, angeführt von zwei Deutschen, in Frankfurt, laufen wir komplett in die falsche Richtung. Aber wo soll das hinführen? Was soll das? Also das Einzige, was sie damit erreichen werden, wenn sie Bitcoin bekämpfen, ist, dass Europa nach hinten fällt. Sonst gar nichts. Es wird nichts zu retten sein hier. Komm mit der digitale Euro, bitte, ja? Ich verstehe es nicht. Es macht mich ratlos und traurig und ich habe den Herrn Schaaf auch mal auf Twitter eingeladen, in den Podcasts habe ich keine Antwort erhalten, die Einladung steht, aber meine Kritik auch. Und da reden wir noch gar nicht über die direkte Kritik am Fiat-System generell und am Euro speziell. Der Euro könnte, eigentlich hätte er alle Voraussetzungen gehabt, eine moderne, verlässliche Fiat-Währung zu werden. Aber es gab einige Schritte, die dazu geführt haben, dass das nicht geschehen ist. Und heute macht die EZB mit Geld drucken Politik, finanziert die Staaten, auch wenn sie behauptet, sie tut es nicht. Schauen wir uns mal an hier. Wo haben wir es denn? Hier, EZB-Balance-Sheet. Also Pi mal Daumen das, was reingebuttert wurde. 9 Billionen Euro. Da kommt es für jedes Programm jedes Gelddruckprogramm gibt es einen fancy neuen Namen. Emergency Purchase Program. Pandemic. Boom. Bullshit. Und das allercoolste ist, dass diese Menschen immer noch glauben, sie leben in einer Welt, in der ihre Autorität ihnen das Recht gibt, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und damit ist alles gut. dabei wissen wir doch genau, was das Ding ist. Und das ist ja auch global, das ist nicht nur die EZB. Aber die EZB macht halt mit. Finanzielle Repression, hohe Inflation, hohe Steuern, hohe Kontrolle, wenig Mobilität für die Menschen. Das Ziel ist unklar, irgendeine Form von extremem Etatismus. und Bitcoin steht da dagegen, weil Bitcoin natürlich der freie Markt ist. Bitcoin ist freies Geld. Das allergeilste daran ist ja, zum Euro werde ich noch dazu gezwungen. Der Euro wird abgesichert durch die ganzen Gesetze. Bitcoin ist ja freiwillig. Genau genommen, wenn man behauptet, wenn man das mal durchspinnt, wenn man behauptet, dass Bitcoin, wenn es schon steigt, angeblich irgendwen verarmen lässt, vergleichen mit denen, die dann früher drin sind, dann muss man ja auch zugeben, dass Bitcoin real ist. Dass Bitcoin da ist. Also in dem Moment hat der Herr Schaaf, als er das geschrieben hat, wahrscheinlich sich gedacht, hey, ich sollte vielleicht Bitcoin kaufen. Da mache ich mal Werbung. Jetzt kommt Werbung. Zum Beispiel bei Confinity. Bitcoin kaufen. Das war die Werbung. Confinity übrigens ein super neues Paper dazu geschrieben, warum Bitcoin sehr wohl ein gutes Asset ist, ein wichtiges Asset ist. Paradigmenwechsel, haben sie es genannt. Dazu mache ich auch bald ein Video. Paradigmenwechsel in der Vermögenssicherung. Deutlich besseres Paper als das aus der EZB. Kann ich euch empfehlen. Hau ich den Link rein, mache ich auch mal ein eigenes Video dazu. Und jetzt atme ich tief durch und denke mir, hey, die letzten Artikel von Binzeil und Schaaf waren auch schon egal. Da wird dieser auch egal sein. Ein oberflächlicher Search hat ergeben, dass auch die Mainstream-Medien darüber bis jetzt nicht berichtet haben. Wahrscheinlich deswegen, weil es ihnen zu mühsam ist, das Paper zu lesen. Das heißt, wir erwarten einen Gastkommentar im Handelsblatt oder in der FAZ innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und wenn es eine Reaktion gibt auf Twitter, dann meistens die, ja, wenn die Bitcoin-Trolle sich aufregen, dann müssen wir ja recht haben. Immer dieselbe Masche, nur anderer Blödsinn in den Schläuchen sozusagen derzeit. Ich würde euch ja fragen, was ihr dazu sagt, aber naja gut. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, haut einen Kommentar rein. Es ist einfach ein Zeichen extrem hoher Nervosität in der EZB, aber das macht mich halt nicht froh. Ich hätte gerne, dass die EZB so souverän damit umgeht wie die Amerikaner. Das zeigt mir nur, dass wir einfach wieder mal auf komplett verlorenen Posten unterwegs sind hier. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Dieses Argument, dieses bescheuerte Paper, man hätte das genauso über Gold schreiben können, tut man aber nicht. auch kein gutes Zeichen. Weil lasst ein Like da, subscribt den Kanal, schickt das Video weiter an eure Eltern, die das EZB Paper ausgedruckt haben und seit drei Tagen lesen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020